Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. Liebe Freunde, hier ist wieder Matussek und diesmal geht es in den Clinch, ja gegen mich, der ich damals als Big Shot in die Zone kam und wir wollen uns mal mit den Aufräumarbeiten befassen, die nötig sind, nach meinen beiden vorherigen Sendungen über den Mauerfall und die deutsche Einheit. Ich bin damals, wie berichtet, aus dem hedonistischen Westen nach Ost-Berlin übergewechselt, ins Palasthotel am Alex und tatsächlich war ich damals, Mitte 30, also halbzeit wie heute, so eine Art kleiner Reporterstar, aber die Betonung liegt auf Reporter. Ich war neugierig und wollte alles wissen, denn die DDR war trotz gelegentlicher Besuche, ich studierte in West-Berlin an der FU, für mich terra incognita. Und nun stürzte ich mich hinein in Gespräche und in die Biografien, ich notierte und fragte, ja und manchmal trat ich auch Türen ein bei ehemaligen Bonzen, etwa damals in der DEFA, wo der Pferdner den Zettel auf dem Tisch hatte, Matussek vom Spiegel nicht reinlassen. Aber mit den Opfern, den Getretenen, und von denen gab es viele, war ich voller Rücksicht und Mitgefühl, wie mir auch Alexander Osang in der Berliner Zeitung bescheinigte, als mein Reportagebuch Palasthotel erschien. Nun, ein halbes Leben und eine Generation später, habe ich ein neues Vorwort zu diesem Palasthotel geschrieben und ich habe den Scherbenhaufen besichtigt, den wir mittlerweile in unserem Land anrichten, wir im Westen, die wir gerade einen neuen antifaschistischen Schutzwall gegen den Osten errichten. Und die AfD-Wähler, all die Brandmauern sind ja nichts anderes. Also, jetzt schrieb ich zur Neuauflage meines Buches. Ja, Leute, und es wird in dieser Sendung eine Menge an Überblendungen geben von DDR und BRD. Ich hoffe, es wird nicht zu verwirrend, aber das ist nun mal unsere Geschichte. Also, ich schrieb, sie war so viel weitsichtiger als ich, Barry Boley, die DDR-Bürgerrechtlerin, die mir damals zugestandenermaßen auf die Nerven ging, weil sie nach dem Mauerfall 1989 einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus für möglich hielt. Was ich für eine Illusion hielt und auch immer heilte. Eine demokratisch reformierte DDR wäre ein Widerspruch in sich gewesen, auch wenn sich darin der berechtigte Wunsch verbarg, die eigene Biografie und Leidenserfahrung nicht einfach so entwerten zu lassen. Doch, Barry Boley war eine Seherin. Sie war eine beängstigend zarte und imponierende Kämpferin für die Menschenrechte, für die Flüchtlinge im Balkankrieg, genauso wie für die Elenden und die Opfer der totalitären Herrschaft. Nicht von ungefähr fand sie, die Künstlerin, ihre Inspirationsquelle in den Grafiken und Skulpturen von Käthe Kollwitz. Boley starb mit 65 an Lungenkrebs. Einen radioaktiven Anschlag auf sie, die Systemfeindin, wollte sie nach ihrer Krebsdiagnose nicht ausschließen. Nun, sie war Kettenraucherin, möglicherweise war dieser Verdacht unbegründet. Doch als Seherin behielt sie recht. Eines Abends bei einem Essen mit dem Schriftsteller Peter Schneider und Chaim Neul sagte sie folgendes, Zitat, Zitat, Ja, die Lüge ist wiedergekommen, die Angst, das Ausgrenzen, das Mundtotmachen, alles wieder da. Wiedergekommen ist die Desinformation, der, Zitat, Lügenälter, ihn Peter Sluterteig nannte, in dem alles seine Konturen verliert. Als ich Ende 1989 als Reporter in die damals gerade morsch zusammengebrochene DDR umzog, um ein Palasthotel, mein Feldlager zu errichten, traf ich noch auf all das. Denn das Traumatheater verschwindet nicht so einfach, nachdem der Vorhang gefallen ist. Und ich konnte damals nicht ahnen, dass wir heute mittlerweile daran arbeiten würden, dass jeder wirtschaftliche Anreiz, in den Westen zu gehen, wegfallen würde. Denn unsere Wirtschaft befindet sich dank der ökosozialistischen Kinder, die unser Land in den Griff bekommen haben, im freien Fall. Ein Betrieb nach dem anderen macht derzeit die Grätsche, nicht nur VB. Die Deindustrialisierung ist sozusagen Programm geworden. Ich kam damals eingestandenermaßen nicht ohne die Siegerallüre des Westlers, was mich allerdings nicht hinderte, diese Allüre später in meinem Buchpalasthotelzimmer 6101 ebenso unter die Lupe zu nehmen, wo ich mit größtmöglicher Brutalität die Propagandalügen des wirtschaftlich und moralisch erledigten Systems entblätterte. Ich kam aus dem Staunen und der Selbstbefragung als einstiger Sentimentalkommunist nicht heraus. Ob es sich nun um die offizielle und ins lächerliche, weitausgreifende, geschminkte Geschichtsschreibung im Historischen Museum der DDR-Geschichte handelte, oder die hilflosen Wendemanöver der Lehrer im Staatsbürgerkundeunterricht oder die komplett verwirrten Redaktionen der Systemblätter Neues Deutschland oder Berliner Zeitung. Überall dachte ich kopfschüttelnd, Gott sei Dank musste ich nicht so aufwachsen. All das Misstrauen, die knurrige Muffigkeit, die Geschweidigkeit der Wendehälse. Ich war davor bewahrt geblieben durch die Gnade eines anderen Geburtsortes, nämlich dem im Westen. Ich gehörte durchaus zu jenem Fanotyp, den sehr viel später der Hallenser-Psychiater Hans-Joachim Maaz auf die Couch legen sollte, in seinem Buch »Das falsche Leben – Ursachen und Folgen unserer normopathischen Gesellschaft«. Ja, ich war dieser Normopath, der überzeugt war von der Richtigkeit unseres damaligen Systems, denn das realsozialistische, das erlebte ich, bedeutete pures Grauen. Doch nun holt mich das alles im wiedervereinten Deutschland ein. Die Zeitungen, die im Schulterschluss mit den Regierungsparteien gegen die Opposition im Lande hetzen. Die Einheitsparteien, die Kulturschaffenden, die der zunehmend totalitären Regierung Blumenkränze winden. Die Verformungen der Sprache, wenn etwa ein Zitat »Demokratieförderungsgesetz« verabschiedet wird, das die Demokratie abschaffen will. Dieses ganze Orwellsche Neusprech, das nun verfeinert wird durch die Etiketten der Genderideologie, die uns zwingen möchte, geschminkte Männer als Frauen anzureden, wenn diese darauf bestehen. Im Kern also der Zwang, eine der biologischen Wahrheiten verdrehenen Ideologie Gefolgschaft zu leisten, bei Androhung empfindlicher Strafen. Können die Herrschenden ihren Untertanen deutlicher den Finger zeigen, als mit diesem Befehl einen Gesslerhut zu grüßen? Aber nein, die Mauer war tödliche Realität und ganz sicher Grund der enorm hohen und unter Verschluss gehaltenen Zahl der Selbstmorde, über die ich in einem anderen Buch schrieb, denn im Arbeiter- und Bauernparadies hatten die Menschen glücklich zu sein. Wenn ich nun meine vor 35 Jahren geschriebenen Reportagen neu lese, dann wird mir geradezu schmerzhaft bewusst, wie wenig wir Deutschen, besonders wir Westdeutschen, als Bewohner eines alten und über die Jahre ranzig und korrupt gewordenen Parteienstaates, also dieses Bonner Treibhauses, das der Romancier Wolfgang Köppen so wunderbar beschrieben hatte, ja wie wenig auch wir im Westen aus der totalitären Geschichte unseres Landes gelernt haben. Nicht zuletzt zeugen davon die aktuellen Propagandamärsche gegen Rechts oder schlicht gegen Nazis, die von den Herrschenden in unserem geeinten Deutschland orchestriert werden, voller Jugendlicher, die ihre historische Ahnungslosigkeit zur Schau stellen, die meisten erst nach dem Mauerfall zur Welt gekommen. Wir waren stehen geblieben bei den Kids. Die Menschen, die sich von der linken Regierung als Jubelperser engagieren lassen und die nichts, aber auch gar nichts mehr wissen über die rote Diktatur vor 1989, die wissen nichts von den Mechanismen der Nazis, mit denen sie die AfD-Opposition vergleichen. Auch heute folgen sie den Parolen oder Politbüro-Beschlüssen, die unter den Nazis wie in der DDR von oben nach unten durchgereicht werden, wie man es jetzt besonders während der sogenannten Corona-Pandemie erlebt hat. All diese Kids sind wieder bereit, den Nachbarn zu denunzieren. Sie sind totalitären Zurichtungen gegenüber aufgeschlossen. Der Inlandgeheimdienst wirbt um sie. Meldestellen schießen aus dem Boden. Doch nicht nur die Kids. Ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich bin in jenen Corona-Tagen in meinem Erste-Klasse-Abteil im Regionalzug fast verprügelt worden, weil ich meine Maske nicht aufgesetzt hatte. So ein durchaus symbolträchtiger Vorgang. Ich saß allein in meinem ansonsten leeren, verglasten und abgetrennten Acht-Plätze-Kubikel. Da lief ein möglicherweise alkoholisierter Malocher den langen, weiten Weg durch die zweite Klasse auf mein Abteil zu, riss die Tür auf und herrschte mich an, dass ich meine Maske aufsetzen solle. Ich protestierte, er ist handgreiflich geworden. Möglicherweise spielte auch ein tiefsitzender Groll auf den feinen Pinkel dahinten allein in seinem Erste-Klasse-Abteil eine Rolle. Sicher gab es diese sichtbaren Klassenunterschiede in der DDR nicht. Da saßen alle gemeinsam in der Holzklasse. Aber der Hass auf den vermeintlich Bessergestellten ist ein urdeutsches Phänomen. Es ist der Neid und der niedere Instinkt, der sich gefahrlos austoben darf, wenn er von oben legitimiert wird. Ja, damals, in den 30er Jahren, die Juden waren meist die Bessergestellten und sie durften nun staatlich genehmigt schikaniert werden. Der Mann war aufgehetzt durch ein Trommelfeuer der Propaganda. In der DDR nannte man den zum Abschluss Freigegebenen den Klassenfeind. Bei uns war es in jenen Tagen der Impfgegner oder Schwurbler. Es gab ja durchaus Kontinuitäten. Tatsächlich war es ein ehemaliges SED-Mitglied, Geisel, der als Berliner Justizminister während der großen Querdenker-Demonstration im August 2020 in Berlin Verbote gegen die friedliche Versammlung aussprach, was schließlich zum Befehl knüppelfrei führte, der unterschiedslos gegen alte und junge Rentnerinnen, Frauen und Kinder befolgt wurde. Damals war es dann auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das Parlament, an dessen Stirnwand der Spruch, dem deutschen Volk geprankt, mit einem Wassergraben gegen dieses unbotmäßige Volk sichern wollte. Leute, ich hoffe, dass nun auch Jugendliche zu meinem Buch greifen und sie erfahren, wie es aussah, als der Staatssozialismus seine Bürger zu einem entbehrungsreichen und für Dissidenten bisweilen tödlichen Experiment der Erziehung zum neuen Menschen zwang. Eigentlich, denke ich mir, müsste ich ein neues Buch schreiben über die DDR 2.0, die wir in unseren Tagen durchleben müssen. Und es ist wahrscheinlich eine der größten Ironien deutscher Geschichte, eine, von der ich damals noch nicht wissen konnte und die mir auch nie eingefallen wäre, dass es ausgerechnet eine ehemalige FDJ-Sekretärin war, die nun das gesamte und wiedervereinigte Deutschland in eine DDR 2.0 umbauen würde. Angela Merkel war eine Opportunistin aus der deutschen demokratischen Diktatur, die den deutschen Michel erneut in den Schlaf schaukelte mit nichtssagenden Phrasen wie »Sie kennen mich« und dann unverfroren das ganze altbekannte Arsenal zur Anwendung brachte, also eine Wahl rückgängig machen würde oder der entschiedene Zitat »Kampf gegen Rechts« neu auflegen würde, um von den realen Problemen abzulenken, in die das Land während ihrer Amtszeit gerutscht war. Denn machen wir uns nichts vor, sie bereits hatte den Niedergang eingeleitet, sie war eine Politikerin, die für Olaf Scholz Modell gestanden haben könnte, sie bereits hat mit ihrem kalkuliert ungenauen, ja ausdrucksarmen Radebrechen auf unglaubliche Änderungen in allen Lebensbereichen in den nächsten Jahren vorbereitet. Ein vages Geplapper, das Rechtsverstöße in aller Unschuld ankündigte, wie in diesem Juwel, Zitat »Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir Recht und Gesetz einhalten wollen und werden und dass wir das, wo immer das notwendig ist, auch tun.« Tja, und wenn es mal nicht nötig ist, so die Logik, lassen wir das mit Recht und Gesetz bleiben? Von Angela Merkel, die ihre inhaltsleere Politik mit Phrasensalat dekorierte, hat ihr Nachfolger Olaf Scholz gelernt, der wegen seiner einschläfernden Plattitüden mittlerweile »Scholz-O-Mat« genannt wird und sogar die eigenen Regierungsmitglieder im Dunkeln lässt. Diese ursprünglich Merkelsche Lehre hat Schule gemacht und lässt sich seitdem auf sämtlichen Wahlplakaten wiederfinden, nicht nur ihr eigenes, Zitat »Sie kennen mich«, nein, auch den der anderen Parteien, etwa der SPD zum EU-Wahlkampf mit dem Spruch »Für alt, jung und gutes Klima« und »Freibier für alle«, setze ich mal dazu. Schon hier waren wir in die Postdemokratie eingetreten, in die Absage an jede Sinnhaftigkeit. Tja, mir fällt gerade ein, tatsächlich habe ich dieses Buch über die DDR 2.0 ja bereits geschrieben, 2015. Ich hatte es »White Rabbit« genannt, nach einem Song der Psychedelic-Rockgruppe Jefferson Airplane, da mir das ganze Land irre geworden schien, alle auf LSD. Es ist ebenfalls gerade neu aufgelegt worden im Manuskriptum-Verlag als Paperback unter dem Titel »Das Weiße Kaninchen«. Tatsächlich hatte Angela Merkel nach dem Reformstau der endlosen Regierung Kohl das Nichtstun der Clique aus Wandlitz zur Perfektion gebracht. Denn außer einem verhaltenen Murren über die ständig verspäteten Züge und die maroden Schulgebäude war seitens ihres Volkes, das während der ungehemmten Migration in eine Bevölkerung zerfiel, nichts zu hören. Die Infrastruktur zerfiel während ihrer Amtszeit wie schon die in der DDR. Zu meinen gruseligsten Eindrücken in jenem Dezember 1989 gehörten das trübe Funzellicht der sporadischen Straßenlaternen und die zerschossenen und verrusten Hausfassaden. Nichts war in diesem Nachkriegsjahrzehnt getan worden, um die Bausubstanz zu erhalten. Es fehlte an allem, an Putz und Farbe und, ja, an Hoffnung. Und nun sind wir dabei, erneut eine zutiefst renovierungsbedürftige Infrastruktur in die Hände von grünen Ideologen zu übergeben, die sich offenbar vorgenommen haben, die DDR-Planwirtschaft wiederzubeleben. Während ich diese Zeilen schreibe, verkündet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen eine Art Fünfjahresplan. Er will die Produktion von grünem Stahl subventionieren und diesen dann in Zielmärkte verkaufen, also vorwiegen den Deutschen, wo er zu überteuerten Preisen abgenommen werden soll auf dem Weg ins gelobte Land einer karbonfreien Zukunft. Eine Geisterwirtschaft, in der, entkoppelt vom Weltmarkt, auf staatlichen Befehl von durchgehend Ungelernten und Überforderten Waren hergestellt werden, die dann wiederum in einen Markt gedrückt werden, der nicht existiert. Dieses irre Ziel übertrifft das der klassenlosen Gesellschaft, des Kommunismus an Absurdität und unterschreitet es radikal an poetischer Hoffnung. Denn mit den grünen, also aus Windkraft produzierten Stahl, sollen eben jene Windkrafträder gefertigt werden, die den Wind für grünen Stahl nutzen sollen. Ein wunderbarer Zirkelschluss. Noch nicht mal von Befreier und Morgenröte ist da noch die Rede. Dagegen nur noch von öden Tautologien und schierem Überleben. Noch einmal in die wirtschaftlichen Niederungen staatlicher Planwirtschaft. Bisher nämlich werden die hunderttausende Tonnen von Stahl aufhergebrachte, also durchaus ungrüne Weise gefertigt. Auf die gleiche altmodische Weise werden auch die Millionen von Tonnen an Zement produziert, mit denen die nicht recycelbaren Ungetüme auf für immer versiegelten Böden in unsere Landschaft gepflanzt werden. Habecks neuer Wirtschaftsplan, also eine Art Fünfjahresplan, oder neuer ökonomischer Plan, wie es unter Lehnen hieß, wird betrieben von der fixen und wissenschaftlich zunehmend umstrittenen Angstvorstellung, dass es unser menschengemachtes CO2 sei, dass die Welt so erhitzen wird, dass schon in 20 Jahren die Meere über die Üverspringen. Alle vorgelegten Prognosen wurden maßgeschneidert, um diese Angst zu unterfüttern. Gegenteiliges Zahlenwerk wird tabuisiert. Musik Doch einmal zurück zur Klima-Hysterie. Die war schon immer eine Sache von Geisteskranken, wie denn ja auch deren einst halbwüchsige Prophetin Greta Thunberg erwiesenermaßen an einer solchen litt und leidet. Sie übrigens führt derzeit die Hamas-Proteste gegen Israel an und verlangt, wie diese, die Auslöschung des Judenstaates. So viel zu ihrer geistigen und moralischen Innenausstattung. Aber beschäftigen wir uns mal kurz mit der marxistisch-leninistischen Philosophie, die ich als jugendlicher Maoist inhaliert hatte und die ja noch immer dieses Weltbild der Grünen stützt, das emissionsfreie Deutschland, das Habeck und Konsorten anstreben, ist so unwirklich wie die Chimäre des kommunistischen Paradieses einer klassenlosen Gesellschaft, in der nach Marx jedem nach seinen Bedürfnissen gegeben wird und jeder leben wird, morgens Jäger, Mittagssammler, abends kritischer Kritiker. Naja, von lassen Fahrrädern hat er noch nichts gewusst, unser rausgebärtiger Träumer. Die moderne Vision seiner Utopie heißt Bürgergeld, also Knete für alle. Darüber hinaus führt diese Chimäre wieder einmal auf einen selbstmörderischen deutschen Sonderweg, denn selbst ein emissionsfreies Deutschland würde für das Weltklima nicht den geringsten Unterschied machen, denn das, was wir im besten Falle einsparen, knappe zwei Prozent der globalen Emissionen, hauen die Chinesen in einer Woche in die Luft. Sicher gibt es auf dem Weg in diese Illusion Opfer, so wie damals Mao's großer Sprung nach vorne, als er die Landbevölkerung zwang, auf kleinen Kochern Stahl zu produzieren und eine Hungersnot mit 50 Millionen Toten die Folge war. Oder wie Stalins wahnsinniger Plan, ukrainische Bauern nach Sibirien umzusiedeln, um sie dort Weizen produzieren zu lassen. Nun also jenes Wärmepumpengesetz, das die Eigenheimbesitzer verpflichtet, ihre Häuser aufwendig dämmen zu lassen und sie in den Ruinen treibt. Dieses Gesetz hat Habeck in einer Rede als Fehler eingeräumt. Er habe nur testen wollen, sagt er nun, welche Opfer er dem Volk in eine klimaneutrale Zukunft zumuten könne. Das erinnert schon sehr an jenen Karikaturisten, den ich nach der Wende traf, also nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Experiments. Der hatte einen Karl Marx im Frack gezeichnet, Hand in der Hosentasche und er sagt, sorry Jungs, war nur so eine Idee von mir. Aus diesen irrealen Vorgaben jedoch entstand eine neue politische Nomenklatura, die das Land fest im Griff hat, nur eben stiller und raffinierter, wie Bärbel-Bohlein prophezeite. Die neue Nomenklatura residiert nicht in abgeriegelten, schäbigen Bungalowsiedlungen wie in Wandlitz, sondern in auf Steuerkosten renovierten Altbauwohnungen im besten Vierteln, deren Vermieter praktischerweise, wie im Fall der Innenministerin Nancy Faeser, im eigenen Amt angestellt und hochbefördert wurden. Ja, das erleichtert dann wohl die Kommunikation, wenn wieder mal irgendein Rohr verstopft ist. Die Unverblümtheit, mit der die Nomenklatura dem folgenden Finger zeigt, erstreckt sich auch auf die Auswahl der Minister, die, wie in der DDR, nicht die geringsten Voraussetzungen für ihre Amtsgeschäfte mitbringen. Meist sind es Apparatschicks, wie im Falle Faeser oder Steinmeier. Häufiger noch Ungelernte, wie der Kinderbuchautor Robert Habeck als Wirtschaftsminister oder die Hochstaplerin Annalena Baerbock als Außenministerin oder der ehemalige Kindergärtner Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister, der noch nie eine Kuh gemolken hat, aber den Bauern des Landes vorschreiben möchte, wie groß ihre Ställe zu sein haben und wie viel Prozent ihre Äcker brachgelegt werden sollen. Zu Erinnerung, Staatsratsvorsitzender Honecker war Dachdecker, DDR-Wirtschaftsminister Günther Mittag war Eisenbahner und er promovierte über, Zitat, die Überlegenheit der sozialistischen Organisation und Leitung im Eisenbahnwesen der DDR gegenüber dem kapitalistischen Eisenbahnwesen. Soweit also der Sachverstand der Führungsklicke in der DDR. Kommen wir nun zu dem unserer Nomenklatura, den Parlamentsneulingen, denen der Spiegel gerade eine einfühlsame Reportage gewidmet hat. Sie leiden, also die jungen Großverdiener, unter Sinnverlust und Burnout. Sie schreiben Reden für den Papierkorb. Da ist zum Beispiel der Poetry-Slammer, der mit 19 Medienberater wurde und für die SPD im Bundestag sitzt. Einen anderen Beruf hat er nicht. Ein anderer hat während seiner Parlamentszeit immerhin ein Psychologiestudium abgeschlossen und klagt über diese mörderische Doppelbelastung. Der politische Betrieb ist teilweise pervers, sagt wieder ein anderer, ohne zu sagen, dass daran abartig sei. Angstzustände und depressive Phasen habe er erlebt. Dazu gehören geschätzte 50.000 neu eingestellte Beamte, unzählige Staatssekretäre sowie aus dem Ausland finanzierte politische Netzwerke wie die berüchtigte Krake Agora-Energiewende mit ihren Angestellten oder verbeamteten Top-Jobs bei Top-Gehältern. Kurz, es lässt sich prächtig leben mit utopischen Versprechungen, solange, ja, solange das ausgepresste Volk nicht aufbegehrt, wie es im November 1989 geschehen ist. Dass nun ausgerechnet die Physikerin Angela Merkel, die zur Wendezeit in die CDU eintrat und mit ihrem langtrainierten taktischen Geschick bald ihren Ziehvater Helmut Kohl abservierte, dass sie, die Wissenschaftlerin, nun tatsächlich an den Grünen Hokus-Pokus glaubte, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Ihre ideologische Verschwisterung mit den grünen Kadern muss andere Gründe gehabt haben. Göring-Eckardt gehörte zu ihren engsten Freundinnen und tatsächlich lipierte sie ja die gesamte CDU-Spitze, als sie sowohl dem CDU-Parteitag wie auch dem Begräbnis ihres langjährigen treuen CDU-Werseilen Wolfgang Schäuble fernblieb, um an der Verabschiedung des grünen Stalinisten Jürgen Trittin teilzunehmen, dem Mann, der einst schwindelte, dass die Energiewende nur eine Kugel Eis koste. Bisher hat niemand überzeugend herausfinden können, wer Angela Merkel wirklich ist. Da kursieren die irrsten Vermutungen wie jene, dass sie eine aus dem Osten gelenkte Agentin sei. Meine Vermutung ist, dass sie von nichts anderem als einem tief eingelernten Oportunismus geleitet wurde und möglicherweise von einer noch tiefer sitzenden Verachtung für den einstigen Klassenfeind, mit der sie schließlich groß wurde. Eine Art düsterer Glauben. Immerhin war ihr Vater, der Pastor, einst aus dem Westen in den Osten umgesiedelt, weil er sich für das kommunistische Glaubenssystem entschied. Welcher geheime Vatergehorsam und welcher Triumph könnte größer sein, als die einst starke Bundesrepublik im Westen so in die Knie gehen zu sehen, wie sie das tat. Ja, für dieses Spektakel war sie sogar bereit, auf ihre ehemaligen Landsleute im Osten loszugehen, die mittlerweile durchaus angekommen waren in der Marktwirtschaft und in der Freiheit mit all den, aus Merkels Sicht, verachtenswerten Verlockungen. Sie hat möglicherweise ihre ehemaligen Landsleute als Verräter an ihren alten Idealen gesehen. Diese Landsleute waren in jenem Herbst 2014 als Reaktion auf die von ihr verantwortete Masseneinwanderung von Muslimen auf die Straße gegangen. Und Merkel rief ihnen in ihrer Weihnachtsansprache zu, Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen, folgen sie denen nicht, die dazu aufrufen. Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in ihren Herzen. Bei diesen Demos damals wurde mir klar, wie sehr viel stolzere Patrioten in der Osthälfte unseres Landes aufwuchsen und wohnen. Sie wollten 1989 nach Westen, um Deutschland zu feiern. Sicher auch das Konsumparadies, aber es ging ihnen auch um Deutschland, das geeinte Deutschland, während wir im Westen, ja eben nach Westen schauten und dieses Deutschland abschütten wollten, weil es uns wie eine Vorstrafe vorkam. Der Zeitpunkt, an dem sich der Osten des Landes enttäuscht vom Westen abzuwenden begann, erschloss sich mir am Montag, am 15. Dezember 2014, es war die Nacht der Pegida-Demonstration. Sie nannte sich hellsichtig »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«, denn sie spürten früher, als wir im Westen, dass es hier im Kern um einen Kulturkrieg ging. Es lag eine merkwürdige Stille über dieser Demonstration. Man hörte nur Gemurmel und Schritte, das Geräusch von zigtausenden Schritten. Ich schrieb damals noch für die Welt, »Voran wird ein Transparent getragen, auf dem steht »Gewalt frei und vereint gegen die Glaubens- und Stellvertreterkriege auf deutschem Boden«. Tatlose Beschriftung, sozusagen der Beipackzettel der Demo, keine Nebenwirkungen. Das Problem ist, man glaubt den Spruchband nicht. Wir sind im Umgang mit Pegida auf die Mitte-Ebene angewiesen, auf Recherchen im Netz, auf ideologische Querverbindungen, auf Vorstrafenregister der Polizei. Hier, in dieser Dresdner Nacht, hört man Schritte, verschlossene Gesichter. Vielleicht, denke ich, laufen die immer so weiter. Weit aus dieser Gesellschaft hinaus. Eigentlich komisch. Unter den 19 Forderungen der Pegida, die, jetzt in Klammern gesagt, jüngst in Dresden ein letztes Mal auf die Straße gingen, finden sich viele, die auch aus den Reihen der etablierten Parteien stammen könnten. Zum Beispiel nach dezentraler Unterbringung für Flüchtlinge. Da könnte man doch mal differenzieren. Keine Glaubenskriege auf deutschem Boden? Aber wir sind doch längst mittendrin. Zunächst ist da der Krieg der journalistischen Klasse, die sich einig ist, dass bei Pegida nur schlecht gekleidete Halbnazis mit dumpfen Parolen Zuflucht finden. Woher wissen die das? So weit mein Weltartikel. Tja, und mittlerweile, nach einem Jahrzehnt von Messermorden und Vergewaltigungen und islamischen Terroranschlägen, ist auch der Westen aufgewacht. Spätestens seit in den Innenstädten unverhohlen, selbstbewusst, der islamische Gottesstaat gefordert und der Mord der Hamas an Juden gefeiert wird. Oder mit dem Messerattentat eines durchgeknallten Afghanen, der den Islamkritiker Michael Stürzenberger und vier weitere Menschen auf einer Wahlkampfveranstaltung abstach. Der Polizist, der sich aussehen auf einen Helfer Stürzenbergers gestürzt hatte, wurde daraufhin selber von dem Attemptäter erstochen. Und während der noch auf der Intensivstation um sein Leben kämpfte, der Polizist, sorgte die Kampagnen erprobte Regierung für ein neues Thema. Sie will nun Schutzbunker gegen den Feind im Osten bauen. Ein 130-Milliarden-Programm für einen kriegerischen Konflikt mit Russland, den sie selber heraufbeschworen hat. Und die Wiedervorlage meiner Schauerberichte von damals, kurz nach dem Mauerfall im Palasthotel, die Sinne schärft dafür, was Bärbel Boller prophezeite, nämlich, dass der Argwohn, die Angst, die geheimen Verbote, das Beobachten, das Isolieren und Ausgrenzen, das Bandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen, wiederkommen wird. Ja, dann wäre mein Ziel erreicht. Ein bisschen Geschichtsunterricht täte nicht schlecht. Kommen wir zu den Briefen. Hier haut mir Udo Freiberg erst mal links und rechts einen rein. Also, was soll man dazu sagen? Hallo, Herr Matussek. Wie kann denn jemand, den die DDR bis zum Mauerfall egal war, nur glauben, über den deutschen Osten, Klammer, das Rätsel unserer Demokratie im Lande, objektiv reden zu können? Tja, mein Lieber, die beste Voraussetzung für einen Reporter, habe ich mal gelernt, ist die unbelichtete Seelenplatte, also praktisch der Stand der Unschuld, mit dem man Eindrücke notiert. Er weiter, trotz aller Mühe, trotz allen journalistischen Erfahrungen, das muss daran liegen, dort nicht aufgewachsen zu sein, vermute ich. Es nervt den Ossi, der 35 Jahre dort verbrachte, wie mich, dass sein halbes Leben von euch arroganten Schnöseln einfach mal so in die Tonne getreten wird, als ein Leben voller Angst, Überwachung, Armut, Unfreiheit, ein ganzes ausgehungertes Volk. Quatsch, mein Lieber. Das, was immer als Ostalgie verschrien wird, nämlich das Gefühlsleben, Freundschaft, Genossenschaften, Nachbarschaftshilfe bei der Versorgung, Kindergärten, Hauseigentum, Kollegialität, das kommt nicht mehr vor in eurer Vergangenheitsbewältigung. Ja, lieber Udo, da haben Sie absolut einen Punkt. Ich bin verheiratet mit einer Frau, die ihre Kindheit und Jugend in Thüringen und Ostberlin verbrachte und die genau das, was Sie berichten, oft erzählt hat. Ja, es gab tatsächlich offenbar ein richtiges Leben im Falschen, um mal kurz Adorno zu widersprechen. Es gab diese Freundschaften und Nachbarschaftshilfen, die ganz alltägliche notwendige Solidarität gegen die, die das Leben einschränken wollten. Weiter mit Udo Freiberg. Das vielfältige Nähvergnügen Veritas, das sollte wohl lustig sein. Das war eine der Bandenwerbungen auf der Autobahn. Die 2000 Leute, die in dem Nähmaschinenwerk in Wittenberge gearbeitet haben, empfanden das sicher anders nach der Schließung. Es war nicht der einzige Betrieb, der dem lang gehegten Traum der Deutschen in Anführungszeichen zum Tropfer fiel. Die Stadt schrumpfte von 40.000 auf 1.700 Einwohnern. Aber nicht, weil der Osten die freie Marktwirtschaft des Westens übernommen hat, wie Sie sagen. Jene ist vielmehr über ihn hereingebrochen. Und der Westen hat die Claims abgeschleckt zur Übernahme des Ostens mit freundlicher, treuhänderischer Unterstützung. Ja, da haben Sie völlig recht, lieber Freiburg. Aber es ist natürlich auch so, dass der Westen den Osten jährlich mit 100 Milliarden versuchte, in fruchtbare Landschaften zu verwandeln. Dass da viel Unrecht passierte und viele Kriegsgewinner unterwegs waren. Darüber gibt es keinen Zweifel. Aber es war eben ein schwieriges Unterfangen. eine bankrottgegangene Wirtschaft wiederzubeleben. Das ist jetzt nur mal als mein großer Einwand. Weiter mit Freiburg. Was macht also der Familienvater mit drei Kindern nach dem Jobverlust? Auf nach Hamburg zur Arbeit. Zwölf Quadratmeter in einem Caf. Monatelang getrennt von der Familie. Probezeit überstehen. Und obendrauf, der neue Job im öffentlichen Dienst, ist eine Karikatur der so viel geschmähten Ostarbeitsmoral. Ich hatte noch nie so faule, gleichgültige und ahnungslose Mitarbeiter gesehen, wie die hier im Westen. Es gab nur eine verstaubte elektrische Schreibmaschine, die niemand bedienen konnte und auf der ich meinen Dienstreisebericht schrieb, wie es im Osten gewohnt war. Und? Den der Chef gar nicht sehen wollte. Er hatte zu tun. Beamter halt. Und Ur-Ortsbürgermeister. Irgendwie hat Lafontaine vielleicht recht. Lass uns das mal ein bisschen langsamer machen. Überleg da. Ich war auch der Meinung. Ging aber nicht. Tja, lieber. Und so, wie Sie dachten, dachten viele. Die haben eben Lafontaine ziemlich abgestraft an der Wahlurne und wollten sehr, sehr schnell die Vereinigung nach Kohlschimm-Muster. Beide im Falle. Was die Musik betrifft, haben wir uns alle Freiheiten genommen, die ihr sowieso hattet, nur, dass es bei uns deutlich spannender war. Können wir denken. Mit 13 saß ich im Wohnzimmer und meine Mutter mochte den Beatclub. Ich war hin und weg. Ich auch, lieber. Was daraus wurde, habe ich mal als Bild in den Anhang gehängt. Hängt im Keller. Und muss man spiralförmig sehen. Von der Mitte ausgehend. Tja, lieber. Und das Bild hat es wirklich in sich. All die Ikonen, die auch meine waren. Dort an der Wand. Jimi Hendrix. Die Cream. Die Beatles. Der Sgt. Pepperzeit. Der Beatclub. Mit der unfassbar niedlichen Uschi Nerke. Tja, und falls das Ihre Mutter ist auf dem Foto. Mein Gott. Was für ein Hingucker. Bitte grüße Sie von mir. So, genüge jetzt Ihr Udo Freireich. Ingolf Petzold schreibt. Ingolf Petzold, der mich gerügte, weil ich den Magdeburger Sparwasser als Dresdner ausgegeben hatte und den Engel über der zerstörten Stadt auf die Frauenkirche setzte. Er ist Magdeburger Patriot und hat mir anrührend und ähnlich die Schönheiten der Stadt geschildert. Ich zitiere mal aus diesem sehr langen Brief. Die Figur, die dies am erschütterndsten und zugleich wunderbarsten ausdrückt, ist die in der Johanneskirche nach der Zerstörung aufgefundene, schwarz angekohlte, klagende Magdeburg, die auf die Stadt niedersieht und wohl ihre Kinder sucht. Damals, in Erinnerung an die Magdeburger Hochzeit, im Schott der Johanneskirche, verkohlt mit niedergeschlagenem Blick und eine verzweifelte Geste, die Asche vor sich, verstört und verzweifelt auf das Elend blickt. Das völlig zerstörte Kirchenschiff, der als große Stadtkirche im Gründungsbereich der über 1200 Jahre alten Stadt, hinter sich im Rücken. Das ist ein Bild, das mir unter die Haut geht bis heute. Und zur sogenannten friedlichen Revolution, die mitnichten eine Revolution, sondern ein Zusammenbruch mit Übernahme war. Gibt es von mir nachstehende Anekdote? Den Glauben an eine ernsthafte Wiedervereinigung hatte ich bereits damals verloren, als der Westen uns erklärte, dass es der Stasi sei und nicht, wie jeder Ossi sagte, die Stasi. Als man bereits damals uns die Sprache wie heute wieder im Hirn umdrehen wollte, war die Gelegenheit günstig, seine Bilder zu ordnen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es gab keine Wiedervereinigung. Und alles, was dann kam, waren jeweils Lügen mit fast unverholender Arroganz und Geschichtsverdrehung und Glitterung. Ich glaube dem heutigen Neusprech keiner einzigen Silbe mehr. Ich übrigens auch nicht lieber. Ich erlaube mir, den Luxus selbst zu urzeilen. Ganz so, wie es Jefferson und Kant forderten. Nicht perfekt, aber ich arbeite jeden Tag daran. Damals im Oktober waren die Leipziger das erste Mal auf der Straße und forderten Gehör. Eine Woche später sollte auch in Magdeburg eine ähnliche Demonstration stattfinden. Ich war 29, gerade wieder Papa eines dritten Mädchens geworden. Klammer, ein Büchsenmacher, wie man scherzte. Als ich mich am Abend von meinen Kindern, meiner Frau, verabschiedete, sahen wir uns in die Augen und wussten nicht, ob wir uns am Abend wiedersehen werden. Beide waren wir tapfer und wussten, was wir denken sollten und wie wir zu handeln haben. Ich wohnte damals unweit vom Dom, in dem das Treffen beginnen sollte. Auf dem Weg dorthin, es wurde schon schummrig, kam ich an der damaligen Hegel-Oberschule vorbei. Der ganze Hof war voller Militär-Lkw zugestellt und es standen bewaffnete Einsatzkräfte, kasernierte Bereitschaftspolizei oder Arbeiterkampfstruppen. Auf dem Hof, ich werde es nie vergessen. Am Zaun zur Straße stand ein Soldat mit umgelegter Maschinenpistole im Halbdunkel. Ich bemerkte ihn und unsere Blicke trafen sich und was ich sah, war panische Angst. Der junge Mann, etwas älter als ich, war voller Angst. Ich weiß nicht, was er dachte. Irgendetwas zwischen, Mann, verschwinde hier lieber, heute fließt vielleicht Blut. Ich weiß nicht, was die uns befehlen werden. Oder vielleicht einfach nur, du naiver Idiot. Magdeburg gilt nicht als die Heldenstadt. Das Eis wurde in Leipzig noch nicht aufgebrochen. Eine Fahrrinne war noch lang nicht erkennbar. Der Dom war brechend voll und angeblich fast ermühelos 4.000 Menschen. Die Menschen lauschten den Texten und gebeten. Und dann kam die Frage der Fragen. Wagen wir es jetzt, die Tür zu öffnen und aus dem Domplatz hinauszutreten? Die Tür öffnete sich und die Menschen quollen mit brennenden Kerzen aus dem gewaltigen Dom ins Freie. Er, der Dom, der schon einmal Zufluchtsort für die letzten Magdeburger war, entließ seine Kinder in der Hoffnung, dass sie alle wiederkehren mögen. Wenn ich heute hier in Berlin an meinen lieben Dom denke, dann packt es mich immer wieder mächtiger an. Das ist Heimat. Egal, ob es das feine Baden-Baden, das stolze, schöne Dresden oder eben das abgeranzte Magdeburg an der Elbe ist. Heimat ist ein Gefühl, keine Sache. Wie wahr, wie wahr, mein Lieber. Die alte Dame ist und bleibt meine Heimat. Die Hauptstadt in der Mitte Deutschlands. Sehe ich die Türme des Doms aus der Ferne, fahre ich mit dem Zug oder Auto über die Elbe und kann den silbrig glänzenden Strom sehen, dann weht es mich stark an. Hier habe ich den besten Teil meines Lebens verbracht. Aber was war das für ein Leben im anderen Teil des Landes? Am schönsten sagt es in Leander-Hausmanns-Film Sonnenallee der Protagonist in der Schlusssequenz so. Wir waren jung und verliebt. Und genau das war es. Übrigens, der Film, der vielen wie eine Poste vorkommen musste, spiegelte genau das Lebensgefühl wieder, wie ich es erlebt hatte. Lieber Petzold, lieber Mach de Borja, wie Sie mir schrieben, ganz wunderbarer Brief. Danke dafür. Ja, und Grüße an Ihre Frau. Bleiben Sie mir gewogen. Sven schreibt. Hallo, Herr Matussek. Ich habe natürlich Ihre letzten beiden Sendungen zur deutschen Einheit gehört. Ich habe diese Zeit als fast Zwölfjähriger erlebt. Es war natürlich eine sehr spannende und aufregende Zeit. Das Holen des Begrüßungsgelds im Westen und vor allem die Änderungen in der Schule. Auch mit zwölf hat man da schon einiges mitbekommen. Und man kann etwas auf das Leben in der DDR zurückblicken. Ostdeutschland ist meine Heimat und ich wollte hier auch nie weg. Heute liegt meine Heimat im östlichen Zipfel Thüringens und damals war es der südliche Zipfel des Bezirkes Leipzig. Dieser Bezirk wurde uns in der Schule im Fach Heimatkunde aufgrund seiner Form als Backenzahn gelehrt. Vor einigen Jahren bin ich zufällig auf das wendekritische Lied We Want More DT64 gestoßen. Das kannte ich vorher nicht. Der Sound ist gut, der Text natürlich auch. Vielleicht kennen Sie es ja auch. Sie hatten mir da den Link zugeschickt. Jetzt kenne ich es auch. Ja. Das drückt das aus, was ich mit etwas zeitlichem Abstand auch empfinde. Die Wiedervereinigung ist unwidersprochen der richtige Schritt gewesen. Jedoch die Art und Weise? Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die DDR erlebt habe und kann die Parallelen zu heute nur zu gut wiedererkennen. Nach der Wende haben wir uns wirklich frei gefühlt. Doch seit einigen Jahren geht es wieder rückwärts. Deshalb habe ich auch schnell zum Kontrafunk gefunden. Heute ist es wie damals. Wir haben kaum staatseigenes Ostfernsehen geguckt, aber Westfernsehen. Also von außen auf die DDR. Machen Sie weiter so. Ich bin auf jede neue Folge Matussek gespannt. Viele Grüße aus dem Osten. Danke Sven. Und lieber Sven, danke zurück für diesen wunderbaren Brief. Dr. Holm schreibt, lieber Herr Matussek, als meine Familie und ich im Juli 1989 in den Westen übersiedelten, wurden wir immer wieder mit Sätzen wie diesen begrüßt. So etwas wie bei euch hätten wir uns hier im Westen nie gefallen lassen. Nun ja, ich hatte das einfach mal so stehen lassen. Schließlich waren wir dankbar über die herzliche Aufnahme. Doch wenn ich mir heute den Zustand unseres Landes ansehe, frage ich mich, ob das kommunistische Kürzel, BRD, vorbeis Gerd Löwenthal, nicht vielleicht für Blockwarte, Regimeknechte und Denunzianten steht. Ja, ziemlich bitter, oder? Danke für Ihre Arbeit. Gerne, lieber Dr. Holm. Danke für Ihren Brief. Lass uns doch mit einem versöhnlichen Brief aufhören. Erwin Wiener schreibt und muntert mich ein bisschen auf. Lieber Matussek, ich habe heute Ihr Buch Palasthotel zu Ende gelesen. Was für ein wunderbares Buch. Sie haben zu Recht Preise dafür bekommen. Es ist erfrischend, authentisch und ehrlich, selbstironisch und humorvoll. Ja, ich habe Ihre Liebeskummer mitgelitten. Das Buch ist ein Zeitdokument, ein Gemälde, wie es die Wendestimmung festhält und wiedergibt. Ich erinnere mich noch gut an meine Besuche in Ostberlin als 18-Jähriger, sowie nach Dresden und Berlin nach der Revolution. Es ist beim Lesen, als wäre die Zeit zurückgedreht und ich wäre wieder dort. Es ist eine mir fremde Welt, was die Kulturszene betrifft, bin ich wieder mal von Ihren Kenntnissen beeindruckt. Ich habe das damals eher aus der Ferne mitbekommen. Es ist eine mir fremde Welt, aber eben auch ein Sehnsuchtsort. Ich habe schon lange nicht mehr bei einem Buch so oft Wikipedia benutzt. Oh Gott, das Buch zu lesen war eine Freude und ein Genuss. Vielen Dank. Ja, herzliche Grüße, Ihr Wiener, Lieber Wiener, ich danke Ihnen. Und jetzt wollen wir mal in die Zielkurve eingehen. Das war es mal wieder mit Matt Tusek. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir werden nur ein Thema wahrscheinlich haben, nämlich die Wahlen in den USA. Und ich werde auf dem einen oder anderen Sender im Netz sicher kommentieren. Bis dahin, euer Matt Tusek. Tschüss. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag www.kontrafunk.radio 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 www.kontrafunk.radio